Also das schönste in der Familienreportage finde ich eigentlich, dass ich nichts stellen muss. Und das für mich als Mama auch total den Druck rausnimmt, weil ich kein Bedürfnis habe, vorher irgendwas aufräumen zu müssen, weil das einfach auch bei den Fotos dann nicht so gesehen wird. Man muss sich ja nicht in der Reihe aufstellen und jetzt trinst bitte jeder, sondern es sind halt einfach in den ganz normalen Situationen und dann lehrt vielleicht auch mal jemand, aber dafür kriegt man halt auch ein echtes Lachen. Echte Fotos, echte Momente und vor allem finde ich echte Emotionen, das finde ich das Wertvolle an der Dokumentar der Psychografie. So, so 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 Untertitelung des ZDF, 2020